UNTERTITELUNG Und du kennst, wie es ist, für dieses Beginn, jeder Millimeter beträgt wie die Todesstattung hinter dir. Das muss das Gefühl sein. Mal wieder. UNTERTITELUNG Man könnte sagen, die letzten zwei Jahre waren wie so ein Crescendo auf den August dieses Jahres hin. UNTERTITELUNG Diese Riesensachen zusammen zu bewältigen und dann sofort, sofort in derselben Nacht oder am nächsten Morgen gleich das nächste. Das ist dieses Gefühl von also, ich weiß nicht, die Batterie ist so langsam. Es gab auch Zeiten, wo ich auch dachte, ich muss das widerlassen mit dem Dirigieren. Aber das Gefühl war, dass ich dachte, wenn ich mein Leben lang Dirigent gewesen sein werde, werde ich vielleicht am Ende am meisten auch über mich selber rausgefunden haben. und das möchte ich. UNTERTITELUNG 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 UNTERTITELUNG